Die hierzu erwerbende 3-Zimmer-Wohnung befindet sich in Kerpen. Die Wohnung wurde 2000 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Keller sowie einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 92 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Wohnung auf 179.500 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.